Hallo, wir machen heute Kinetischen Sand, und ich werde euch zeigen, wie das Rezept ist. Was wir benötigen, ist Vogelsand, Speisestärke, Öl, ich habe hier Leinöl, der relativ dick ist und sehr gut. Und hier habe ich Wasser. Ich möchte euch zeigen, wie der Kinetischen Sand für die Kinder sehr beliebt ist. Damit können die kleinen Kinder spielen. Ich möchte euch zeigen, wie das geht. Dafür benötigen wir ein halbes Glas Sand. Dann ungefähr 3 Viertel Glas Speisestärke. In meinem Fall Maisstärke. Glutenfrei, das ist sehr sehr gut. Ein halbes Glas Wasser. Weniger als die Hälfte. Und 1 bis 2 Löffel Öl. Man kann Pflanzen oder Olivenöl, was man im Haus hat. Ich nehme erstmal einen Löffel. Um zu sehen, wie das alles ist. Und versuchen wir mit der Hand, weil man es besser kneten kann. Weil diese Sand sehr teuer zum Kaufen ist, probieren wir es selber zu machen. Ich möchte euch ein Rezept zeigen. Ich möchte euch ein Rezept zeigen. So, jetzt haben wir ihn fertig umgerufen. Jetzt sieht er so aus. Wenn er zu dünn ist, dann könnt ihr ein bisschen mehr Stärke tun. Jetzt haben wir unseren Kinetischen Sand. Hier habe ich normale Sand. Also ohne Farbe. Hier habe ich mit ein bisschen grüner Farbe. Mit Lebensmittelfarbe. Ich würde euch aber nicht empfehlen. Weil die Kinder werden sich die Hände ein bisschen färben. Aber wenn sie Lust daran haben, kann man das machen. Mit Lebensmittelfarbe habe ich in meinem Fall grüne Farbe genommen. Und hier ist der normale Kinetische Sand. Natur ohne Farbe. So, jetzt zeige ich euch. Ich bin zufrieden damit. Die Farbe. Die Konsistenz. Er muss so selber laufen. Die Farbe. Die Farbe. Die Farbe. Die Farbe. Ich zeige euch. Wenn ich die Farbe hatte, komme ich es wieder zurück. Dann gehe ich zurück. Jetzt die grüne Die grüne Die gefärbte Sand Ich bin damit zufrieden, das ist ein Naturrezept ohne Farbstoffe, doch diese Lebensmittelfarbe ist eine Art Farb, aber natürliche Farbstoffe. Beide sind sehr gut geworden. Man kann damit spielen und Formen machen, was man möchte. Die Kinder können unbedingt spielen. Schulkinder werden Kinder. Und das nochmal ruhig zu zeigen. Die Farbe fließt sogar besser durch die Lebensmittelfarbe. Wenn es zu weich ist, könnt ihr einen Teelöffel Speisestärke dazu nehmen. Und ihr könnt auch reines pflanzliches Öl nehmen. Egal wie gesagt, Olivenöl, Babiöl. Babiöl hat eine Art Parfum. Riecht auch besser, vielleicht eine andere Variante. Oder man kann auch mit anderen Öl, wie man möchte. Was man im Haus hat. So sieht gut aus. Und die sieht auch so gut aus. Okay. Bei dieser kinetische Hand ist das Geheimnis, dass er fließen kann und knettbar ist. Bei dieser kinetische Hand ist das Geheimnis, dass er fließen kann und knettbar ist. Man kann in Formen, wie man möchte. Auch Figuren machen. Diese hat eine sogar bessere Konsistenz. Diese grüne finde ich hier. Noch ein bisschen schöner. Und besser füllt er sich und hält. Und besser füllt er sich und hält. Ich wünsche euch viel Spaß zu machen. Und ich hoffe, mein Film hat euch ein bisschen gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. equivataan. die Tschüss Vielen Dank.